hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge aus der grünen hölle mal wieder zusammen mit juli und immer noch unserem plan von der letzten folge einem ort einen besuch abzustatten wenn wir jetzt aber schlau gemacht wir haben uns die map angeguckt und wir denken wir finden den weg und das ist dann der plan von heute wir gucken dass wir da zu dem ort kommen ja mehr habe ich nicht zu sagen menschenfleisch menschenfleisch hier ist noch gebratenes jaguar fleisch menschenfleisch ich habe sehr viele bananen auch zwei verdorbene das ist immer gut wo ich sollte vielleicht ich sollte vielleicht ich sollte vielleicht meine ganzen knochen rauswerfen so ich kann meine wasserflasche noch mal auffüllen sondern war das glaube ich so wie viel federn haben wir bitte wir haben schon einige wir haben schon einige ne das sind ja menschen die kiste schwimmt ein bisschen ja bei dir auch ok ich sehe hier dauerhaft jetzt was zum hin wtf ich habe jetzt dauerhaft zwei kreise hier bei mir was ist das ok moment ach nee wir hatten letzte folge so unfassbar viele bananen ja und jetzt wo sind die ganzen bananen ja die haben wir ja verloren ein bisschen fett und proteine proteine haben wir hier ja war fleisch ich würde behaupten ich bin ready ich würde das spiel kurz neu starten weil das geht gar nicht ich habe jetzt dauerhaft diese zwei punkte so ich bin wieder aufgewacht ich habe mich noch mal ganz kurz aufs ohr und dann würde ich auch machen oh ja muss ich auch machen dann bin ich definitiv ready für die runde haben wir noch irgendwo fleisch oh ja ich habe ja aber wo wurde gekocht ich bin mehr oder weniger ausgeschlafen seit wann haben wir jetzt nur noch ein monali blatt hast du monali blatt mitgenommen nein ich habe hier drei in die kiste rein ist jetzt verarsche oder was verwelken die auch noch aber ich habe definitiv keins okay also also Moment ich muss jetzt mein inventar sortieren auf zwei ist die fackel okay du benutzt die zahlen es gibt gar nicht ja oh lol okay danke ich wusste ich nicht dass es geht ja dann ich warte mal ganz kurz hier ja okay danke ich geh nur bis zu dem ja ich habe es gesehen ich habe es gesehen mein leben ist jetzt ganz voll das ist gut jetzt mache ich noch die energie voll voll wir haben jetzt 11 uhr also eigentlich müssten wir es gut schaffen bis zur dunkelheit und da hat es auch einen schlafplatz mal gucken ob es hier keine skorpione hat ne krass komm ran komm anscheinend ja nicht so ja oh warte mal ist mein bidon voll ich mach mal kurz mein bidon hier voll am wasser achso ja das ist ja ein sauberes wasser ja jo gut ich halte immer noch ausschauen nach dem monali blatt du weißt noch immer nicht so ganz recht wie es aussieht aber ja ich zeig's dir dann ja ich zeig's dir dann das da ne das ist nicht sorry fehlalarm so jetzt einfach hier an der wand entlang war einfach immer schön an der wand entlang muss irgendwann ein wasserfluss kommen also wir dürfen nicht von der wand weg gehen wir dürfen schon ein bisschen weg gehen aber wir müssen halt wiederfinden dann müssen wir hier rüber das ist ein schmetterling jetzt immer weiter dem fluss entlang oder wie bis wir wieder an der wand sind und dann okay wieder links rum okay nur der wand entlang alt ameisenhofen ameisenhofen willst du reinlaufen nein ungern warte mal warte mal ah nee das war falsch was auch immer du jetzt gemacht hast ich habe dachte es wäre monalia blatt bis hier ist das da wenn der gleich da bist sekunde ich ja ich krieg geistige gesundheit abgezogen für egel aber schimpfen wo regel was gefunden ja die waren gut versteckt das heißt monalia mit so geld mit so gelbten blütchen und so glatten blättern die mal ein bisschen nach oben stehen ja dann kriegst du eigentlich drei monalia plattform naja und wenn du das einfach in das crafting rein tust dann hast du nicht so jetzt sind wir hier an der spitze oder jetzt einfach hier weiter folgen immer weiter hier ist noch mal ich nehme gleich mit und immer weiter und immer weiter ich merke auch gerade so also die minimap die ich gerade so offen habe die dimension sind ein bisschen anders also es sieht auf der map kleiner aus als es ist ja denke ich mir was ist das denn für ein viech eine spinne eine leune spinne wie nice weil die ist voll auf mich zu gelatscht oh ja irgendwo da in dem blätterling ok da haben wir glück was warst du was ist hier oben dann herkomme herkomme her aber ich glaube hier ist doch ein durchgang wollen wir hier rein aber schön auf dem boden gucken bis da kein stoppion ist ok wie sehen die aus da ist das problem ist du geschlagen was schlecht hier nein die towns habe ich letztes mal auch schon gehört keine ahnung sehen wir haben wir in der hacke haben wir sie müsste irgendwo eisenherz sein der steinhacke habe ich hier ist eisenherz hier aber was das denn ich gehe weiter in der höhle ja ich gehe mit dir du gehst wieder nein ich gehe mit dir kann ja nur schief gehen also von dem her und jetzt kommen wir hier irgendwo raus jetzt sind wir unten ja wir sind jetzt das ist der durchgang nico auf dem jetzt wir sind jetzt nicht so dass wir sind wir sind wir sind hier an der kletter stelle aber so ein bisschen in die richtung müssen jetzt unser altes camp sein ja das ist doch gut aber hier ist die fall hierbei über hier geht es noch weiter da gehen wir du vor du weißt wie ein skorpion aussieht ich höre schon krabbeln hier hat es nur zwei eisen vorkommen ach hier ist okay die müssen uns merken hier weil die sound sind echt gut immer wieder raus hier ja bevor noch was passiert mega aber ich dachte tatsächlich eher weil es ist ja allgemein nur recht wenig eisen das jetzt hier ist ja mir macht so ein bisschen angst dass hier so ein gebilde ist von denen das war ja an unserem spawnpunkt auch ja nicht an unserem spawnpunkt sondern an dem und dem lager und auch wo wir ganz am anfang sind ach was wir sind hier sind die laute vögel ich bin da in eine sackgasse gelaufen so wie weit kommen wir hier noch kein platz mit dem rucksack jetzt schon moment na du fisch so sind wir jetzt jetzt ist unserem ziel oder nicht warte wir sind bei 41 w 23 s was 23 und wie viel wir sind bei 40 w 24 süd 40 w 23 süd da ist doch das flugzeug ja genau und wie kommen wir jetzt dahin es wurde abgeschossen wo hat sie die schlafplätze wo steht er dass ich schlafplätze haben soll es hat ein schlafsymbol oder ja achtung ich habe ein dosenkäse schmerzmittel eisenader kaffee militärration ich kann mein rucksack ist voll ganz da hinten ist noch was rosen käse aber hier hat es nur ein holzbett ich würde nicht drin schlafen weil sonst spornst du hier kann man das ding hier hoch gut ziel erreicht brauchst du was zum essen mach dir mal die andere kugeln schlafen sammeln ne trinken hier ist auch nur mit zwei heißen adern ja schlafen k bei bei bei